Play Games Alone wird unterstützt von der Spielebude. Jetzt mit 5% Rabatt. Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Daniel, das ist Play Games Alone. Heute ist Alexa, wie spät ist es? Es ist 15.01 Uhr. Und Alexa, welcher Tag ist heute? Es ist Sonntag, der 18. Juni. Heute ist jetzt die Verlosung der Rook. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt, denn es war keine einzige richtige Antwort dabei. Ich habe gefragt, wie viele Logos blende ich hier oben rechts in der Ecke ein. Die richtige Antwort waren 6. Und die Uhrzeiten oder die Timelines blende ich euch jetzt noch einmal kurz mit ein. Die meisten haben irgendwie 7 gezählt. Ich weiß nicht, ob ihr die Logos am Anfang mitgezählt habt, vom Intro oder so. Ja, tut mir halt. Was soll ich machen? Es sind nur 6 gewesen. Aber, da ich ja auch nach Kommentaren gefragt habe, warum ihr gerne die Rook haben möchtet, habe ich entschlossen, das dann am Kommentar abzugeben, der mir am besten gefallen hat. Und das war der Kommentar, das war eigentlich auch einer der letzten Kommentare, das war von Hauke und Astrid. Hat mir am besten gefallen. Sie hat sich das Video zigmal angeguckt und immer 8 gezählt und sie hätte gern die Rook, weil das einer mit ihrer Lieblingscharaktere ist. Darum geht die an euch. Ich blende gleich zum Schluss noch mal meine E-Mail-Adresse ein. Ansonsten ist die auch in der Beschreibung. Schreibt mir und dann klären wir alles weitere. Und trotzdem schon mal vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle teilgenommen habt und so fleißig meine Videos guckt. Das freut mich sehr. Ja, hätten wir das. Und eins hätte ich noch. Ich habe noch einen kleinen Zusatz-Sonderpreis, den ich gerne einem Zuschauer geben möchte. Und zwar ist das ein 15 Euro Gutschein von der Spielebude. Und zwar möchte ich denen den Jazzman21987 geben. Für seine super Mitarbeit und hilfreichen Kommentare und Tipps auf meinem Kanal, die mich weiterbringen und mich viel, 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 viel lernen lassen, damit ich nicht mehr die gleichen dummen Fehler mache und die auch mehr Spaß habt. Der ist für dich als kleines Dankeschön, dass du immer so fleißig und viel kommentierst. Bitte schreib mir auch kurz deine, schreib mir eine Mail mit deiner Adresse und dann schicke ich dir das gerne alles zu. Ja, das war es. Das war meine Verlosung für die 58 Abonnenten. Okay, beim nächsten Mal werde ich es ein bisschen leichter machen. Ich dachte, okay, das ist relativ simpel. Gut, ja, bei den 1000 Abonnenten, dann kommt bestimmt noch mal was. Und ich bedanke mich trotzdem schon mal für ganze eure Unterstützung, eure vielen, vielen Klicks und Likes. Das freut mich sehr, das bringt mich weiter. Wie ihr seht, ich habe jetzt auch hier mal versucht, ein neues Setting zu machen mit der Kamera, die halt hier oben ist, aus dem neuen Blickwinkel. Da werde ich gleich das Helden Video Woche komplett hintereinander abdrehen, weil die Woche war es ein bisschen turbulent. Und ich hoffe, ihr schaut demnächst mal wieder rein. Vor allem, weil wir demnächst jetzt auch Marvel Crisis Protokoll haben. Einen kleinen, kleinen Mini Trailer seht ihr auch gleich im Anhang. Und dann sage ich euch noch einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende und Avengers sammeln. Und dann sage ich euch noch mal, wie ihr seid. Und dann sage ich euch noch mal, wie ihr seid. Okay, ich bin ganz glücklich. J wobbär